Krass, dass die Seed, daran lag es. Wenn ich jetzt mitten erlaufe, kriege ich gar keine Stacks, weil ich kein teammate habe in meiner Nähe. Wow, er ist aggressiv weiter, holy fuck. Bisschen greedier der Mann. Und direkt geflasht. Reingesputtet, raus geflasht. Soll den langen Weg laufen, wenn die da drin sind und gemeinsam mit Kiana face checken. Aber sie ist halt super schwach Level 1. Sie macht halt gar nichts Level 1. Ich mache nicht viel. Und Jhin ist okay, aber hat kein Fleisch mehr. Die hat nicht realisiert, dass die ihn invaded haben, ne? Wir müssen jetzt helfen lieber Jhin. Es geht runter. Es geht runter. Also... Keine Angst, dass die Busch dran sind. Aber ist das so langweilig, wenn wir jetzt einfach FK gehen. Na ja, ich glaube, ich gehe einfach mitlähnen für eine Wave. Ich habe gerne nach vorne die Wave reingelaufen. Wenn ich jetzt eine Wave mit den Farmen. I'm not running. It's a little different now. Meint ihr, dass wir reconnected genau dann, dass wir nicht remaken? Cool, Top TP. Von Akschan. Jack's dive in Turrets. Oh yeah. Noch eine halbe Minute Zeit. Oh yeah. Inevitable. Hallo. Guter Mann aus Shurima. Alter! Ich meinte, er ist nicht ernst. Ernsthaft? Genau 5 Sekunden vorher. XD Oh mein Gott. Alles klar. Das ist wirklich spaßig. Bild, Bro. Ja. I'm not running. Da gibt es sowieso etwas, was der Kasselin sagt. Er hat das nicht remaken erlaubt, weil er dachte, dass wir schon gemaken haben. Ja. Das ist einfach crazy. Das ergibt so viel Sinn. Ich konnte daran nicht gedacht haben. The way is always the same. The way is always the same. Jetzt will ich noch Hilfe haben. Bro. Du hast das ganze Game gefuckt. Please, man. Come on. Wir sind ja gerade ein wenig gelastet und dafür alle anderen gemisst. App install. Game is eh over. Komm. Might as well just enjoy ourselves. Das ist ein scheiß Ernst, ne? Time is wasted. my goodness. Am I dis ernst. All in good time Ich habe nicht wirklich mit der laufen und was machen wir keine mitländer haben er hat 90 erst der tippe hat 50 aber hat sich gemerkt lassen kassadin weil er dachte wir haben ich hab ihm gemerkt das ist ein bisschen sad the way is always the same ja komm ich fand ich mir das spiel spielen hier auch auf k gehen und einfach nur ff'n wollen 0 stacks in 50 minuten meine kagruhne die sind mega nice gesehen wenn man es los bereits reduzieren hey 20 g's der mainz noch ernst was er schreibt ja richtig geil wenn er sich einfach rein hockt und an den turm hockt und dann nur den turm zieht er ist bewusst deswegen weggelaufen da sind vielleicht wilde banausen wilde banausen da wickel für die boys alright da wickel für die boys not bad genau auch gerade wild gegrieft was geht mein champion welches support item kauft man das ist nicht losgelaufen ist level 5 der kassadin machen absolut gar nichts mit land da mach ich hinter mir regt man mal einen punkt den e macht wahrscheinlich mache ich jetzt punkte in e ja punkte q und dann e max i guess durch mein werk die und dann werde ich nicht dieses gamelicher johanns gehen sollen wie diese sehen gegen den wir mal spielen weil ich nicht wirklich roamen kann was auch zum nice für später ja arm ist wast Mit laner ist 60 cs behind hmm hmm das fight wieder afk bis zum nächsten game ist heute kärnault mein 0 gesunden feiz nehmen so gut paus bei fack schildbogen typen und schotten dann will ich dich wieder wenn ich gerade gedacht nein wir spielen das wenn man da facken tun wir spielen das meine und wir spielen Oder ich guess wir warten einfach und hoffen, dass wir, you know. Jetzt bin ich Loki fucked. Aber auch nur Loki. Ah, jetzt hat er sitzen müssen, natürlich. Ich bin mal mit Double-Bummen trotzdem getroffen. Oh. Er schlecht auf mich rauf! Ey, danke für den Fleisch auf mich rauf, Bro! Ha! Oh mein Gott! Na, der sollte erst mal auf mich rauf lassen. Aber er will nicht mit dem Turm befinden. Aber zwischen den Lanes? Wild. Aber ja. It happens. It happens. Ja, das war ein Ignite. Das ist natürlich... Wir hätten das 4 gegen 2 actually gewonnen, wenn ich ignited hätte. Fucking bad von mir. Reportet mich bitte. Scheiße! Dann wäre es ein guter Play gewesen. Know? The way is always the same. Okay. also wenn mich aufgeflaschen ist einfach und gut angeholt hat wir jetzt schon die hälfte der base verloren aber wir spielen in der bete blühe klok 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 so nice einfach diese speed buffs sind auch mobility boots irgendwie doppelt nice und dann kannst du halt gemeinsam mit den teammates nach vorne laufen ohne dich selbst bieten zu müssen und da ist es der ganze reichwert um sie zu beschleunigen kann das ist für mich echt ein bummer war zu schnell für mich da ist gut lasst den skills ich wollte die welt soll ich gar nicht fahren tun wir auch nicht perfekt optimal wenn ich noch an die guten einen klepto sehen top nine zeiten das waren tage dabei jung ein büscher stück 1 und seins Läschen wir hier noch raus Ey, what, das ist noch ein Propp durchgekommen, I guess Ja, war ein bisschen aggressive, ich hab mich auf den Pinkboard gezeigt Und dann war es natürlich offensichtlich für die Gegner Ich glaube, wenn ich das mache, ohne mich auf den Pinkboard vorher zu zeigen, wäre es nice Wenn ich den Pinkboard einfach nicht genommen hätte Könnte ich mal ganz normal warden gehen und würde nicht sterben Immer wieder Zack-Ult geforst, I guess das ist okay Und die Ignite Was wahrscheinlich sogar okay zu holten Oh, rip Das ist tragic Und bei Jack's TP Might be Highlight Nöööö Wer sieht denn den Drake? Ich will schon was wieder da ist, er fahrt tatsächlich Hexteck-Gate Oh mein, vielleicht noch auf Gast ihn rauf, damit er auch was abkriegt Hier Der Out-Attack und weggeflasht, einfach geil Aber ja, er hat ihn noch getötet, den guten Mann, ich hätte keine Ulti ab Was geht man da nach? Eigentlich einfach Anti-Heal oder so dieses Game, I don't know Irgendein Support-Attack mit CDA, ich brauch mehr Ability Haste 20 Ability Haste von Camptek, Future Fire Das ist nicht keiner Ah, die haben nicht so viel Lifesit eigentlich Wir haben nur einige Ignite und der Säck ist schon lästig Wahrscheinlich ist es trotzdem gut Wahrscheinlich ist es trotzdem gut The Way is always the same Okay, Level 11 von der Wave, das war ganz juicy Wir gehen da, wir sagen, wir können nur einen einzigen Player wirken und er ist gerade top lane Ja, das war zu gut Ich kann die Pico nicht anklicken, it's impossible Well Sucks, gell Kein damage Jax wiederbelebt, aber er hat auch keinen Schaden Und Kian hat die ganze Pulver schon verschossen gegen die Dingens Ja, sie wächst Aber wir spielen halt seit Minute 1 von Giga behind, weil wir noch keinen Mitglied hatten Aber hey, ist fein Er wollte uns remakingen lassen, aber hat dann ausgesehen wie connected It happens Können wir nicht ändern, dann müssen wir das Beste draus machen Und dieses Game sieht jetzt nicht so nice aus, ha Aber es ist immer noch Wunderburg, brauchen wir uns irgendwie, dass Kerner Leute one-hitted Sie hat Kills und ich hab Kills, das war's in diesem Game Aber Wunderburg, Wunderburg Brauchen bloß nur welche One-Shots Wenn sie die Kaiser one-shotten kann Wenn sie Kaiser findet und der Kaiser keine Exhaust hat, geht das ja sogar Das ist ja sogar theoretisch unmöglich Oh, da ist er wieder abgekommen Drex kann ich aber wieder abgeben, in der Theorie Okay Your turret has been destroyed Nooo Sprinting across the map Already there And with mid lane, keine minion Ergames bis jetzt nichts mehr gemacht also Jetzt einfach nur Seele haben und fertig Mach mal jetzt Punkte in W Actually Stun Ration geht hoch Keiner wiederbelebt aber Weitere haben wir den noch hart verloren Wenn wir die Tötung in der Ecke bekommen können Danke Bro Eine Hand wäscht die andere Speeden nicht dann weg von der Norte des Hook Ja ich mein Seele ist gone, Nash ist gone Gave us in the minute one, sehr sehr rough Und mit Cardi geprockt Mit Jackster dahinten gespeedet, wa The fuck, wie cool Ja spätestens jetzt brauchen wir hier Reduction dringender denn je Noch haben wir sie nicht fertig though Der Weg ist ja nicht mehr allzu weit bis dahin Speedentons I mean ich hab immer noch Zeit rausgeholt ob ich nicht flashen sollen Der Team will FF voten I mean this is honestly really over seit Minute 1 Da der Castellin bei 2,55 wie connected ist Aber ist fein, ist immer noch Wunderbar Es war's really, really, really doomed aber Wunderbar Of course Castellin zu Level 16 Jacks hat auch gutes Late Game Kianas ist ein EOP Seen hat ins Helles Late Game Jhin mit Seen noch besser No FFing So wir kriegen jetzt endlich Objective Shutdowns Ne, wir haben die schon lange, sehr gut Ich bin gleich da Jungs Ich hab hier Reduction Ah Perfekt Das war wirklich perfekt Ja ne, hat nicht funktioniert, wir wollten dieses Game ha Danke, Kassadin Danke, Kassadin Für ein enjoyable Game Die APs sind kinda egal Aber das Game war einfach nicht enjoyable Seit Level 1, kinda lost Aber hey, it happens, you DCs Aber wenn man so DC-Twitch hat, dann schreibe ich dir die Ohren einfach nicht reconnecten Das ist einfach das Beste, was du tun könntest Einfach so ein langweiliges Games am Ende verloren ist Wie würde ich re-connecten Wie würde ich re-connecten wie das Naja, es ist whatever Wie würde ich nicht mehr Beste 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 Wie CD Vielen Dank.